Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben es mittlerweile kurz nach halb zwei Uhr morgens, doch an schlafen geht es nicht zu denken, denn ich habe richtig Bock auf spielen. Dann lasst uns mal weitermachen. So langsam über das Brett balancieren, dass wir nicht gleich am Anfang der Folge abstürzen und hochkommt. Gut, wir kommen jetzt weiter. Wir müssen auf jeden Fall auf das nächste Dach. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Sollen wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wenn ich das Brett hole, das geht bestimmt, oder? Ja, natürlich. Ja, das hier können wir nehmen. So, drücken zu platzieren. Jetzt hoch. Schaut euch mal diesen schönen Sonnenuntergang an. Also großen Respekt an die Spielentwickler. So, weiter gehts. Kann ich das hier platzieren? Oh ne, nicht ablegen. Komm hoch. Ah ok, hier gehts. Gut. Gut. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man den Pfeil und Bogen aktiviert. So nicht. So ist die Waffe ziehen. So ist nachladen. Das war lauschen. Gut. Na dann schießen wir den halt. Sehr schön. Den Kopf hat sie mal richtig zerfetzt. Gut. Jetzt ist alles sicher. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das Leben. Was ist los hier? Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er... Er ist nicht gerade nett zu Femm. Ok. Bill ist ok. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden. Ok? Ich bin echt mal gespannt, wer der Bill ist. Und was das für ein Kauz ist. Er hat auf jeden Fall überall Fallen aufgebaut. Damit er natürlich sicher ist. Von den ganzen Glickers und anderen Zombies. Aber das wird dann auch für uns zu verhängen ist. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht in so eine Falle von ihm... Bei den Tappen. Oh hier, hier ist schon eine. Gut, kommen wir da unten drunter oder? Siehst du den Draht? Wir rühren nicht, ok? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Oh ok. Gut, dann lass das mal langsam runter. Gut. Was gibt's hier? Ja. So, ist hier da irgendwas drin? Ne, gibt's auch nichts. So. Oh, hier. Na gut, dann machen wir mal die Tür auf. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich mal sterbe. Ich wollte euch nicht, ich wollte euch nachladen. Ja. Gut. So, dann auf drei Tür aufmachen. Eins, zwei, drei. So. Zombie, wo bist du? Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Gut, hier ist niemand. Dann lasst uns mal hochgehen. Also hier wird auf jeden Fall irgendein Zombie sein, sonst. Hätte ja sonst. Sonst hätten wir die Geräusche nicht gehört, dass jemand an die Tür klopft. So. Langsam, langsam. Langsam, langsam. Is hier ist ein Seuss? Oh. Ah. Ah, was, 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 was? Wow, wow. Schön zerfext. Wie, wo kommt er denn her? Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Nachricht an Rachel. Slack drücken. Ob sie sich hier gefunden haben? Woher soll ich das wissen? So. So, voll, voll. Was gibt's hier? Alles voll. Da kann ich mir doch bestimmt wieder... Ah, Klinge und Band fehlt. Schade. So, dann lass uns weitergehen. Lass uns von hier verschwinden. Okay. So, kurz gucken, okay. Aufnahme läuft noch. Gut. Ah. Da könnte ich jetzt so ein... so eine Flasche nehmen. Und die dort reinschmeißen. So, Ellie. Geh in Deckung, jetzt wird's laut. Gut, im Knie geht das nicht. Okay, zurück, zurück! Okay. Und Feuer. Yes. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man's auch machen. Die hat er wirklich gut gebaut. Oh, hier. Munition. Siehst du? Zurück. Da lag eine eugenbrune Flasche. Nee. Auch hier lag noch ein Ziegelstein. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Gut. Bleib in meiner Nähe. Na, hier will ich... In die Tür will ich noch nicht reingehen. Wunderschön, Munition. Was liegt hier? Stifte. Gut, hier geht's nicht weiter, als müssen wir durch die Tür. Und öffnen. Oh, 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 oh. Fuck, was jetzt passiert? Komm, Ellie, hol mich runter. So, wie komm ich jetzt hier runter? Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Da ist das Seil durch. So komm ich runter. Bin dabei! Los, Ellie, komm. Wie, jetzt kommen wohl noch die Gats... Oh, nein! Oh, fuck! Das ist alles auf... Ah, fuck, 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 fuck! Los, komm! Oh, ich kann das wohl nicht gut ziehen. Jetzt sind alle Seitenverkehrt. Komm, 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 lad nach, lad nach, lad nach. Oh, 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 hier kommen ja richtig viele. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Lad, 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 lad! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Oh nein, komm! Komm, 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 komm! Oh, das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Oh, ich weiß nicht, ne? 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 Nein, 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 nein! Okay, zweiter Versuch. Komm, 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 lad doch mal die Scheiße nach. Das geht euch nur gut los. Komm, 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 komm. So, jetzt. Oh, komm, nachladen. Komm, laden nach. Nein, nein, nein. Nein, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Kommt, ist denn da noch nicht tot? Komm, 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 komm. Oh, ich kann nicht mehr drüben. Perfekt, kopflos. So, laden nach, laden nach, laden nach. Los, Ellie, komm. Ellie, komm, gib babbischen Gas. Was ist denn jetzt? Achso, sie ist noch dran. Los, Ellie. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oh, nein. Komm, komm, komm. Sie ist fast tot. Oh, jetzt. Oh, das ist... Komm. Komm, komm, komm. Lad nach, lad, 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 nach. Oh, was ist denn das für ein Vieh hier? Los, laden nach. Oh, danke, Ellie. Los, laden nach, laden nach, laden, 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 laden. Was ist jetzt? 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 Was war jetzt? Komm schnell weg! Weg weg weg. Achso ich muss hier folgen. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Hier landen. Bill, da los! Komm, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf, los! Komm, komm, komm! Bill, sie kommen durch die Tür! Wo lang? Wo lang? Wo lang? Zurück! Ah, nein! Okay, jetzt die Konzentration. Ach gut, ich könnte es nicht hören. Ich könnte es nicht hören. Oh, ey, warte, der kommt ja ab. Alter Schwede. Nein! Nein! Alter, was ist denn heute los? Komm, ich versuche gleich zu töten. Lad, 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 lad! Och nein, nein, nein! Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Nein, nein, nein! Komm, 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 komm! So, wo ist der Nächste? Okay, na los, wir sind fast da, wir dann! Gut, weiter. Weiter, 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 weiter. Oh, Schiss! Komm, der Sapsi, komm! Los, komm, 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 komm! Los, Ali, schnell! Ich glaub ja, ich glaub ja! Sie ist auf! Mann! Was war denn das, Leute? Das war knapp! Ach, danke für die Rettung und so. Ach, Ali. Hey! Hey, was soll das? Joel! Bill! Bill! Reh dich um und geh auf die Knie! Beruhig dich erst mal! Reh dich um und geh auf die Knie! Jetzt mach schon! Jetzt... Mach mal langsam! Scheiße! Wurdest du gewissen? Nein! Irgendein Ausschau! Nein, verdammt, ich bin sauber! Wenn du auch nur zuckst! Verdammt noch mal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus! Löst alle Fallen aus! Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm! Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an! Wir sind hier, weil du Joel was schuldest! Oh! Also mach sofort diese Dinge ab! Ich schulde Joel was! Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das kurz! Ich brauch ein Auto! Oh, es ist ein Scherz! Joel braucht ein Auto! Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja, klar Joel! Kein Thema! Nimm es doch! Wir machen mein Essen, wenn du schon dabei bist! Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon! Pass mal auf, du kleines Mist! Nein, pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Okay! Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein! Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es! Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das fährt! Aber es gibt eins in der Stadt! Teile! Es gibt Teile in der Stadt! Das heißt, du könntest eins zusammenbauen! Okay! Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür! Es ist auf der anderen Seite der Stadt! Du hilfst mir, es zu holen! Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das fährt! Aber danach schulde ich dir nichts mehr! Ist mir recht! In ein paar Tagen sind wir so oder so tot! Gut! Kommt mit! Die ganze verdammte Stadt ist vermint! Bleibt schön dicht hinter mir! Echt verlockend! Schluss jetzt! Ach du Scheiße Leute! Was war das für eine Folge! Ein Glück kam Bill und hat mir den Arsch gerettet! Sonst hätte ich das wahrscheinlich nie geschafft! Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann zeigt's mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal! Morgen geht es weiter mit der nächsten! Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag! Haut rein! Ciao!